Joomla Erweiterungen installieren. In diesem Video zeige ich dir, was es mit Erweiterungen auf sich hat, wie du sie installieren kannst und welche Vorteile du daraus ziehen kannst. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und ich helfe Menschen wie dir, mit Joomla eine erfolgreiche Website zu erstellen. Erweiterungen sind so etwas wie Zusatzfunktionen und dazu gibt es einfach viele verschiedene Möglichkeiten, die ich dir erklären werde. Ganz konkret lernst du in diesem Video, wie du Erweiterungen installierst, wo du Erweiterungen für Joomla findest. Ich stelle dir ein paar der besten Erweiterungen vor und ich zeige dir den Unterschied zwischen Komponenten, Modulen und Plugins. Gut, dann starten wir gleich einmal. Erweiterungen herunterladen und installieren. Wie funktioniert das Ganze? Alles machst du über das Backend von Joomla. Es gibt ganz oben den Menüpunkt Erweiterungen und wenn du auf Erweiterungen und Installieren klickst, dann findest du einen Webkatalog. Vorab musst du diesen einmal installieren. Das ist ein Button, den du klicken musst und dann kannst du auf alles, was in diesem Webkatalog ist, zugreifen. Vieles davon ist kostenlos erhältlich und das ist natürlich eine sehr coole Sache. Wo findest du sonst noch Joomla-Erweiterungen? Ich empfehle dir einfach das Internet zu befragen, einfach nach dem, was du suchst. Google Joomla-Erweiterungen und dann das entsprechende Thema oder du suchst direkt auf der Website extensions.joomla.org. Das ist die Quelle, von der sich auch der Webkatalog bedient. Also wenn du auf dieser Seite schaust, findest du die gleichen Ergebnisse vielleicht in einer etwas anderen Reihenfolge, aber entsprechend das gleiche wie auch in dem Webkatalog, den ich dir gleich zeigen werde. Vorab ein paar coole und tolle Erweiterungen. Eine Suchfunktion, das ist immer wichtig, aber das hast du bereits integriert, das musst du gar nicht extra hinzufügen. Auch ein Kontaktformular, das ist bereits integriert in Joomla der Webkatalog enthalten. Was sehr cool ist, ist eine Bildergalerie und die, die ich dir empfehle, das ist das, was in der nächsten Zeile steht, das ist die Pokergalerie. Ein weiteres cooles Plugin ist Xmap2, das ist ein Plugin für eine Sitemap und so gibt es viel, viel weitere Plugins und Tools. Das kannst du dir einfach aus dem Webkatalog einmal ansehen. Jetzt möchte ich dir aber vorab noch erklären, was der Unterschied zwischen Komponenten, Modulen und Plugins ist. Als erstes die Komponenten. Komponenten sind große und umfangreiche Zusatzfunktionen, als Beispiel eine Backup-Funktion, Editoren, eine Formerweiterung oder auch eine Fotogalerie, Bildergalerie, wie wir es gerade schon hatten mit der Pokergalerie. Was sind Module? Das sind eher etwas kleinere Zusatzfunktionen, Beispiel eine Wetteranzeige auf der Website, ein Newsfeed, eine Slideshow, Suchfunktion, Counter, ein Kalender, eine Social Media Box, so etwas in diese Richtung. Und Plugins, das sind auch eher kleinere Funktionen und oftmals arbeiten diese im Hintergrund. Also das siehst du öffentlich nach draußen nicht. Beispielsweise sind Editoren, Tracking, Funktionen, SEO-Tools, Passwort-Tools, so etwas in diese Richtung. Gut, das Ganze findest du noch einmal auf meiner Website unter oliverpfeil.de slash jummler-extensions. Dort findest du alle Links zu den Plugins und Komponentenempfehlungen, die es von mir gibt und einiges weiteres. Jetzt habe ich aber etwas für dich vorbereitet und zwar eine Testinstallation von Jummler. Hier möchte ich dir das Ganze einfach kurz live zeigen. Wie vorher schon in der Theorie angesprochen, findest du unter Erweiterungen, Verwalten und Installieren, den Webkatalog. Falls bei dir der Webkatalog noch nicht erscheint, hast du hier einen größeren Button, wo du den Webkatalog selbst noch aktivieren kannst. Und hier hast du die Möglichkeit aus dem Webkatalog dir etwas herauszusuchen, eine Paketdatei hochzuladen. Also falls du eine ZIP-Datei hast, falls du die Erweiterung schon auf deinem Rechner hast und es gibt noch aus Verzeichnis installieren, von URL installieren, das ist jetzt weniger interessant, aber die Paketerei hochladen, das ist interessant oder eben aus Webkatalog installieren. Und hier gibt es viele, viele verschiedene Erweiterungen und du siehst hier immer C bedeutet Komponente, M Modul, P Plugin, was das Ganze ist oder manchmal eben auch eine Kombination aus dem Ganzen. Und wenn dieses Dollarzeichen mit dabei ist, dann ist das eine kostenpflichtige Erweiterung. Du kannst dir letztendlich alle diese Tools und Zusatzfunktionen ansehen, hast ja auch verschiedene Kategorien, hast hier die Möglichkeit nach etwas zu suchen und ich klicke jetzt einfach mal auf Editing und dann gibt es hier verschiedene Editoren und jetzt könnten wir beispielsweise bei dem JCE Editor, Joomla Content Editor ist ein alter und sehr bekannter Editor, einfach mal darauf klicken, dann sehen wir, welche Version wurde es zum letzten Mal abgedatet und hier noch ein paar Details und können dann das Ganze installieren. Sobald du eine Installation durchführst, findest du diese dann entweder hier, wenn es eine Komponente ist unter den Komponenten oder unter Erweiterungen, Module oder Plugins, je nachdem, was das eben ist. Bereits installierte Komponenten, die von Standardmäßig installiert sind, findest du hier, das hast du wahrscheinlich schon selbst gefunden und Module, wie beispielsweise die Suchfunktion, findest du hier unter Module, wenn du auf Neu klickst, dann findest du hier einige Module, die standardmäßig schon von Joomla zur Verfügung stehen und das kannst du dir einfach einmal in Ruhe ansehen, denn oftmals brauchst du gar keine externe Erweiterung, sondern reicht etwas Internes, das Joomla schon zur Verfügung stellt, schon aus. Gut, so viel dazu, zu den Erweiterungen. Ich denke, wir haben alles besprochen, du weißt, wie du Erweiterungen installierst, du kennst jetzt den Unterschied zwischen Komponenten, Plugins und Modulen, hast den Webkatalog kennengelernt und damit kannst du dann entsprechend auf die Suche gehen und dir schöne Plugins aussuchen. Wenn du mehr über Joomla erfahren möchtest, dann empfehle ich dir mein Buch, das Joomla E-Book für Einsteiger. Das ist eine perfekte Schritt-für-Schritt-Anleitung, in der ich dir zeige, wie du von Null ab eine Website erstellst und alle Schritte der Reihe nach durchgehst. Ist übrigens für fortgeschrittene Nutzer auch ein tolles Nachschlagewerk, wenn bestimmte Fragen entstehen, einfach einen Blick darin zu werfen. Es ist leicht verständlich, kompakt auf 170 Seiten, also kein Fachchinesisch, sondern wirklich einfache Erklärung und du findest das hier unterhalb des Videos in der Beschreibung. Wenn dir dieses Video zur Erweiterung gefallen hat, würde ich dich bitten, gib diesem Video einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bei einem anderen Video einmal wieder. Viele Grüße und bis bald, dein Oliver Pfeil. Bis zum nächsten Mal.